Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Quickie. Heute bin ich mit meinem Crusader unterwegs. Das ist ein Fünfer Gefecht. Ich bin der einzige leichte Panzer und im Gegnerteam da sind drei leichte Panzer. Ich hatte hier das Gefühl ein bisschen aggressiv nach vorne fahren zu wollen. Hier in die kleine Kuhle rein bei dem See und dann auf der anderen Seite halt wieder hoch um dort vielleicht ein bisschen was zu spotten. Und wie es aussieht hatte der Gegner Crusader die gleiche Idee. Er kommt runter, er schießt mich auch zwei dreimal an und dann fährt er über mich drüber weg und geht dabei drauf. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es andersrum der Fall ist, dass ich hier mehr Schaden nehme als er. Er schreibt WTF und nimmt es aber offenbar mit Humor. Ja, ansonsten hatte ich hier leider ein bisschen wenig Unterstützung. Der KV1, der könnte mich dann hier rausnehmen. Aber trotzdem schöne Runde. Mir hat es gefallen. Also das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch unterhalten und dann bis zum nächsten Mal. Fahrt vorsichtig.